Sehr furchterregend. Sehr, sehr furchterregend. Das ist gar nicht wichtig, Kati. Die Waffe hinterher enthalten. Ich bin gerade kurz vorabgedrückt, ja. Aber ich weiß nicht mehr, was mich erwartet. Und wann? Ach, warum stand ich wohl? Paranoia macht die Sprite. Da hinten. Das ist ein Haus. Ganz ehrlich. In einem Horrorspiel. Ein Haus. Wo eine Lampe brennt. Das rief nach Falle. was schön kann man die jetzt auch trinken schade okay ich wollte es gerade ich dachte schon keinen Schubfisch aufmachen auch nicht ok was ist das es war ah ok muss ich schon anscheinend wäre es nicht gleich geholfen können nein lieber nicht na verdammt oh man wenn ich aber nichts verdammte batterie finden würde ja klar fleckende Licht alter wo her counter bitteschön ok sie sehen auf jeden fall nicht normal aus noch einer von denen erz erz kasper wo bist du ganz ehrlich da bleib ich lieber im wald da bleib ich lieber im wald denn wenn ich euch nicht hier so rumgehe kommen wieder so ein Typ hat mich zuwand fliegt da da oben mit der länge ich würde menschen die 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 nach Hause telephonie an So, ich muss so lange. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Okay, lauf, 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 lauf. Nichts. Was war das? Die Melodie? Wo ist da eigentlich? Was ist hier drin laut? Sehen wir im nächsten Port bei X-Trange. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht.